Und ich zeige jetzt, wie man klassische Cocktails macht. Nummer eins, klassische Dry Martini. Wir brauchen Gin, trockene Vermouth, Oliven und vielleicht noch Zitrone. Ah ja, da habe ich noch. Wir müssen einen Mixer haben. Martini-Glas. Jetzt müssen wir schauen, dass das Martini-Glas kalt ist. Und den Mixer. Doch, eine Vermouth. Vier bis sechs Zentiliter Gin. Zwei Oliven Garnier. Dry Martini. Komm, mach ihn du fertig. Nummer zwei, Gimlet. Für das brauchen wir auch wieder einen Gin. Nehmen wir aber gleich einen anderen. Chantal, kann ich den auslehnen? Super, danke vielmals. Limette dürft ihr? Kann ich auch. Danke vielmals, thanks. So, Gin. Roses Lime Cordial, den ich zufällig da habe. Und dann kommt den Tumbler für die Ease. Drink. Drink. Und jetzt gibt es noch eine Arbeit. Möchtung. Nehmen wir noch mal. Glockenken. Was das? Wie war es denn? Untertitelung des ZDF, 2020